The next part of Rollerscaping is here. Hey Leute! Das musst du nicht sagen! Der nächste Part mit... Antonia und... Enemy! Neue Figuren heute! Entschuldigung, ich will doch nicht mehr da sein. Keine neuen Figuren? Doch. Ich weiß gerade nicht wie. Komm! Stopp! Okay, doch. Machen wir einfach mit dem. Nächste Runde machen wir mit neuen Versprochenen, Leute. Ole, 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 ole. Jetzt brusten wir... Das ist das Finalrennen. Weißt du nicht mehr? Aus dem Film? Ja! Finale! Oh, oh, oh! Au! Da! Ach so, ich bin... Sie bleibt ja mal, wie man sie dran ist. Diesmal aber mit Folgetürm. Also ihr seht alles. Wegen meinem Tablet. Vorher habe ich ja noch Handy aufgenommen. Tablet ist auch eine bessere Qualität. Gebt doch mal einen Daumen hoch, wenn ihr wollt, dass wir Mario Kart aufnehmen, ne? Ja, weil wir dachten uns so, nee, Mario Kart, das ist so langweilig. Nein, die Mario Kart. Generell Mario. Wir gucken mal was. Skate wechseln! Steht da! Oh, äh, ich hab's nicht gesehen. Au! Toll, jetzt kommen die nicht. Au! Du musst vor Laguna sein. Oh nein! Laguna hat mich weggebeamt. Tschüss! Rebecca. Nein, das ist nicht Rebecca. Das ist Rebecca! Du bist Rebecca! Du bist Rebecca! Nee, du bist... Hier. Ich bin Opuletta. Ja! Ah! Du bist immer ertrunken, dein Ernst! Ja! Drück auf! Drück auf! Drück auf! Ah! So gemein! Du musst dir die Augen nicht stehen! Nein, da konnte man... Laufen hoch für diese Attacke! Da konnte man nicht vorbei! Oh mein Gott! Er ist wie Hatschuk! Ah! Wechsel auf mich! Wechsel! Danke! Ich kann das wenigstens! Diese... Ich muss einen anderen Avatar haben. Mit Opuletta hab ich nicht das Feeling dazu! Und wieder die berühmte Tentacke! Und wieder die Aufbau von Tantation! Uhhh! Oh Gott! Whoa! Schneidi! Du bist ja okay! Oh Gott! Du bist ja okay! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nein, es reicht! Kürzen, 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 kürzen. He, Emile muss ich kürzen. Blaufuus! Emile muss ich kürzen. Blaufuus! Das mach ich noch schnell. Und jetzt... Link! Da rein. Du hast gerade gewechselt, wo wir vorne erstanden sind. Noch ein Daumen hoch für diese Attacke nochmal. Und gib noch einen Daumen hoch. Und schreibt mal einen Daumen hoch. Ach ja, eine wieder. Hab ich gerade vergessen. Abonniert mich bitte. Und schreibt mal Hashtag Lava in die Kommentare, wenn ihr mal Lava-Attacke zum Lachen fandet. Also wo ich in den Lava gefahren bin. Wechseln! Mann! Jetzt kannst du nicht wechseln. Ja, weil du jetzt nicht mehr wechseln kannst wegen dem Foto. Jetzt kannst du es wechseln. Das ist ein scheiß Foto. Dummes Foto! Man weiß aber... Wuuuuh! Das ist heute eine dumme Attacke. Ja, man weiß ja nie, wann die Fotos kommen. Das Tag werde ich gerade ein bisschen... Warum muss Becker immer auch nicht fotografieren? Warum nicht mal die anderen? Genau, die anderen wurden noch fotografiert. Die anderen wollen... Ich habe uns auf den zweiten Platz gebracht! Ah! 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 Jetzt hat es Labine. Das kann ja wechseln! Was? Emily, das ist unten schon? Ja! Erster Platz! Die wurden alle von dir sympathisch. Außer eine. Die wurde vom Ding gefressen. Ja, Labine. Aufschluss! Yay! Jetzt drück! 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 Na! 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 Schreibt Hashtag Schmodder in die Kommentare! Wenn ihr das lustiger fandet als Hashtag Lava! Also, ich fand Hashtag Lava immer noch am besten! Buh! 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 Also... Wenn... Ja! Wenn... Wenn da zwei... Wenn da zweimal in den Kommentaren steht... Hashtag Schmodder! Dann ess ich! Ja! Dann ess... Ich! Soll ich sagen? Ja! Okay, dann... Äh, doch! Dann ess ich... Löffel Senf! Und wenn da zweimal Hashtag Lava steht... Dann ess ich ein Löffel Salz! Okay, dann ess ich auch Salz! Wow! Oh! Nein! Ich hab doch gesagt! Jetzt! Das haben wir gar nicht! Leute! Hab ich's gesagt? Nein! Ich weiß! Mh! 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 Sammeln mal die Münzen mit! Autsch! Die Münzen bringen ja nicht das da für... Haha! Oder... Mh! Oder die Fledermausarttacke haben! Mmmh. Das Geld hat witzelt! Die, 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 auf die, die, die. Aber nicht springen, da brechen die die. Die, die, die. Die, 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 die. Die, die, die. Rocknabler. PLAYING Lustig, Emelie lustig. Ah, die wollen mich da reinschubsen. Erster! Los! Erster! Erster! Tra la la! Ich hab uns auf den... Ey Mensch, ich komm jetzt immer auf den Ersten durch! Ich hab uns jetzt auch wieder auf den Ersten durch! Kein Hashtag Schwein! Nein! Nein, ich bin Mutter! Könntest warten müssen! Kann man warten! Kein 2 mehr gedrückt halten? Oh, jetzt sind wir dritter! Sammel ihn! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Schreibt Hashtag Bumsen! Hä? Okay... Schreibt Hashtag Bumsen, wenn ihr das... Ich wechsel nicht, wechsel nicht, wechsel! Nein! Ich bin ein Ziel aus dem Schlamassel rum! Hä? Bücher! Ja! Toll! Dann wir sind jetzt... Ist egal, wir sind die Runden nach Hause! Ich schreibe einem weiteren Segwik das Wundermeer auf! Ja, ich kann mich wechseln! Und dann... Ich will den Kack Skater wechseln, ey! Oh Mann, warum noch eins? Ich weiß nicht! Ach komm einfach! Du sagst so, als Karl siehst du es mal richtig die Zähne zusammen! Ich bin ein anderer am Skater, meine ist auch super schwer! Ja! Deswegen verkenne ich die ganze Zeit da hier! Hup! Ja, warum nimmst du sie da nicht? Ich hab vorher nicht gesehen, schwer! Und als wir den Arm gedruckt haben und schon 50 Mal... ...hab ich gesehen, oh mein Gott, das ist schon schwer! Komm, und jetzt bringst du uns wieder den Letzten! Komm, und jetzt bringst du uns wieder den Letzten! Ich bin nicht der Letzte! Nein! Oh mein Gott, der hat nicht mehr gelenkt! Wechsel! Der hat nicht mehr gelenkt! Nein! Nein! Der hat nicht mehr gelenkt! Es ist unfair, die bringen mich da! Der hat nicht mehr gelenkt! Und der einfach nicht mehr lenkt! B! B! Schufst du mal schnell! Erster! Schufst du mal schnell! Schufst du mal schnell! Wechsel! Wechsel! Und gleich drückst du bitte A! Du hast nämlich diesen Schuh, der schnell macht! Den setzen wir aber erst ein! Wenn wir so verloren sind, sind sie jetzt! Genau, jetzt wechseln wir ihn ein! Los! Danke! Soll ich jetzt wechseln? Ja! Okay, bitte! Bei der wegen dir ist die Störung immer so schwer! Ja, ich weiß! Ich überhole doch gar keinen! Egal! Egal wie du tickst, Raku, aber ich mag dich! Ah! Der hat auch nicht mehr gelenkt! Ich weiß, wenn man auf dem Gras ist, lenkt er nicht! Nein! Der hat auch, als ich auf das Gras gefangen habe, nicht mehr gelenkt! Los! Sammel einen! Nein! Warum lenkt er nicht? Ich flippe gleich aus! Ich auch! Trotzdem muss ich lachen! Nein! Ha! Sonst wären wir ausgerutscht! Sammel Taler! Und dann drück! B! Und jetzt drück! Sammel den Taler! Warte! Mann, Alex! Musst du doch sagen! Nö! Du machst Taler! Ich hab was gesagt! Du machst! Du machst! Du machst La Cyberpunk! Ich? Wir sind gerade vorne! Ich weiß. Jetzt hat es mal Sinn gemacht, dass sie gesagt hat, herr vorsichtig Überholunger! Komm schon! Wir müssen! Wie macht das vor uns? Es macht keinen Sinn, wenn ich... Oha, wir nehmen schon wieder voll lange auf, 11 Minuten. Und jetzt? Drück! Gar nichts! Okay, soll gar nichts drücken? Und jetzt wechseln! Wir sind sowas von... Scheißgras! Ich scheiß einfach mal auf das Gras! So eiskalt! Andromia! Mal wieder auf den letzten Druck! Warum nehmt der nicht? Ganz ehrlich, ich hasse dich! Hahahaha! Hier, jetzt! Los! Wir haben eh noch voll den Vorsprung! Du kannst wieder auf mich wechseln! Ich bin wieder voll! Halt! Bist du das? Ja! Nicht ganz voll! Doch, aber jetzt? Aber ich will nicht wechseln! Weil ich bin noch nicht weg! Wenn wir wegen dir verlieren! Rot A! Ja! Ja! Jetzt! Jetzt! So, komm! Ich bin nicht mehr auf gelb! Und... Attacke! Dalladala! Win! Du trägst heute das perfekte Outfit für den 2. Platz! Wir haben die Folge des... Aber sie ist gar nicht mit dem 2. sondern auch im 3. Oh! Und das war's mal wieder! Wir haben zwar noch 2 Minuten, aber würde es nicht loben! Also, sag ich euch einfach mal! Ronchita Wurst! Ciao!